Ich kann diesen freundlichen Herrn da hinten nicht retten. Weil ich Angst vor den kleinen Dinos hab und ich kann sie nicht abknallen. Ja, vielleicht einfach noch nicht. Wo ist das? Hinten, wo wir alle stehen. Aber du läufst schon mal weiter, das ist gut. Nee. Nee, ich lauf ja im Prinzip zurück. Warte. Stopp. Hardcore rechts. Ein normales rechts. Da hinten. Nee, kommt auch nicht durch. Na gut. Was brauchen wir hier? Wo ist das hier? Hm. Ja, da komm ich jetzt auch nicht durch mit dem Stego, also den müssen wir zurücklassen. Tritzer. Ja, so muss ich selber. Hilfe! Hilf mir! Diese Plagegeister sehen von Namen viel größer aus! Guck, dieser Idiot-Lachte. Sie wären harmlos! Guck! Guck! Wo bist du? Wir wollen doch aufeinander auspacken! Ne, da muss Grant durch. Ja. Oder der Junge aus dem Dritten, der hat auch ne Raptor Kralle. Ja, stimmt. Und T-Rex Urin. Man möchte nicht wissen, wo er es her hat. Mich würde interessieren, wo er eine Raptor Kralle her hat. Das war zwar ganz witzig, aber... Irgendwie auch ein bisschen unlogisch. Naja, vielleicht hat er sich von der Leidwürde gefunden, da oben lag. Kann ich mir gut vorstellen, dass da einige... Aber insgesamt, dass der so lange überlebt hat. War schon krass, ja. Und die ganzen Fragen nur mit so... Lockerflockig. Stahl lieber nicht hoch. So funktioniert das nun mal in real life. Völlig unglaubwürdig, aber es klappt. Stimmt auch wieder, ja. Ah, Camp. Ohne Marshmallows ist es einfach nicht dasselbe. Ach was. Ich passe mal fünf Sekunden lang nicht auf und diese Mistviecher schleppen mein Schießeisen auf einen Baum. Ich hätte mich für die Mission auf dieser Insel mit den Kätzchen melden sollen. Hm. Da gab es eine. Ah, Kelly. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Das war's nicht. Ach nein, wir brauchen einen kleinen. Okay. Ah, ich habe die Marshmallow gefunden. Sehr schön. Das finde ich auch so geil, diese kleinen Quests so am... in der offenen Welt. Ja. Du möchtest etwas Neues? Ich helfe nur zu gern. Ich helfe nur zu gern. Die Sauer gab es in verschiedenen Formen, waren meistens hier noch oval oder rund. Ach, die Sauer Eier. Hm. Die Versorgungszentrale liegt genau da unten in der Säcke. Etwa anderthalb Meilen von der Klippe entfernt. Wir lassen Sie noch schlafen. Eine Stunde vielleicht. Ja, ja, ja. Was ist das? Geht. Du bist nicht in der Klippe entfernt. Geht. Nicht bewegen! Ach, die Sauer. Geht. Ja, ah, oh, und dann da ist er, zuh, 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 zuh. Und dann ist er, zuh, 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 zuh. Auch so ein bisschen Fortschadowing für ihn. Ja, die Kinder freuen sich immer so sein, aber das finde ich böser, als wenn sie nur gefressen werden würde. Eigentlich in einem Film hat er auch passiert. Ja trotzdem, aber sie wollen sehr kinderfreundlich darstellen. Darum ging ich nicht. Warum hat er sich noch unterhalten, wenn er derzeit trampelt wurde? Ja, das ist ziemlich brutal. Der ist ja noch bei vollem Bewusstsein. Er kommt wieder! Der ist die... ja genau. Die Optik ist richtig geil. Luch! A.T. Hm? Was hast du denn die Spieler programmiert? Ja! Hey, 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 hey! Sieh dir das an! Ich glaube RJs Rucksack. Lauf! Lauf! Ja, was ist das mit Siegdrasse? Das an den Siegdų! Das an den Siegdngdsschlipp! Ich hab ein believedr RM fünf Below gemacht. Die ist nicht mit Siegdrasse! Ja! Händ euch wohl den Komptoren in Acht? Zum 전�ach hit' zuheisen wir los von Osborn! ... ... da ist der Erfriede da. Wo? Was? Kacke! Ja, ach so. Da spült sie gerade keinen. Alter! Was war hier alles drin, ey? Autowagen! Ne, Rasenmäher! Ah! Holt Gras am Arsch! Oh! Ich hab kein Schäufelchen! Ja, super! Nicht ins ruhig rauslaufen und dann verstecken sie sogar die Munzen! Wow! Oh, das ist gut! Ist nur einer! Das ist ja die eheste Turner, also da kann ja gar nichts passieren! Wie der Nostalgia-Critic ja meinte, der Digestivpunkt der Reihe! Echt? Ja! Und dann kam Jurassic Park 3 mit der Flugzeugszene! Das ging aber eigentlich noch! Einmal Nostalgia-Critic wird ja dafür bezahlt, dass er gut ist! Ich wollte ja sagen, überspitze ihn gerne mal! Und jetzt machen derborgsdokletik! Ich bin dabei! Wo, 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 wo... Es ist da! Komm, nieder mehr! Ich weiß es nicht! Wenn ich nicht scheinen muss, möchte ich auch nicht wissen. Oh, da geht's... Ja, was ist denn da los? What? Was ist denn da los? Ich hab mich wohl verirrt. Oh, man. Ich hab mir nichts. Für Gott, das wäre geil, wenn Owen jetzt schon irgendwie vorschaderingmäßig da wäre. Huh? Das ist ein Pasauch hier, wird's falsch. Ja. That is my job. Ein Nick. Hm? Hm? Ich hab's gelaufen, das war eine Pop, Marie B! Dass du dich ahnst, mein Täusch noch ist, das ist wahnsinnig. Ich wüsste das Kommen wieder, ey. Das sind sehr ewige Sprüche. Hm? Hm? Nee, da kann ich nicht vorbeisiegen. Wenn ich aber ne Aufnahmepause nach diesem Dings anmelden dürfte. Ja? Ja? Das ist ein Pasauch. Ja? Das ist ein Pasauch. Ja? 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 Je 팁. Pretty close. Pretty close. Almost done! Pretty close, hübsch geschlossen. Wo ist denn er hier? Beim English Triketable? Ah! Ja! BAM! Was ist genug? Piñata! Piñata! Achso! Wie ein Burger! Oha! 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 Schon wieder eine Kralle! Das ist halt sehr viel für später! Joa! Hm! Das ist halt der Wieder- und Weiterspielwerk von diesen Spielen! Hm! Oh! Oha! 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 Ah! Tss! Au! gesagt das kommunikationszentrum ist in der versorgungszentrale ich gehe da jetzt rein und schicken ein funkspruch raus okay ihr kommt nach und jede sekunde zählt wenn einer glaubt er kann mithalten kann das versuchen von uns eine kurze aufnahme pause